Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. In heutigen Zeiten muss man flexibel sein. Doch nicht nur Sie müssen sich immer wieder an Veränderungen anpassen, sondern auch Ihr Geld. Wer sich nicht langfristig binden, aber trotzdem von Zinsen profitieren möchte, entscheidet sich zum Beispiel für ein Tagesgeldkonto. Schon vom ersten Euro an, den Sie anlegen, erhalten Sie Zinsen. Und sollte sich in Ihrem Leben etwas ändern, überweisen Sie das Geld sicher und einfach zurück auf Ihr Girokonto. Denn Sie wissen ja, in heutigen Zeiten muss Geld eben flexibel sein. Informieren Sie sich auf unserer Website oder lassen Sie sich in einer Filiale vor Ort genossenschaftlich beraten.